Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video einer ganzen Tutorial-Reihe zur Crand Mar 2. Ab sofort werden auf dem Kanal Crand Mar 2 Tutorials jeden Samstag neue Episoden hochgeladen. Erst einmal zu grundlegenden Themen, um jedem den Einstieg in die Programmierung der Crand Mar 2 auch ohne Vorkenntnisse zu ermöglichen, später dann auch spezifischere Themen sowie Tipps und Tricks. Themenvorschläge und Fragen sollen gerne in den Kommentaren abgegeben werden, sofern wir einen Lösungsweg für das spezifische Problem kennen, geben wir gerne Hilfestellung in den Kommentaren oder nehmen das Thema in eines der folgenden Tutorials auf. Um benachrichtigt zu werden, wenn neue Episoden online kommen, am besten den Crand Mar 2 Tutorials Kanal abonnieren, Link befindet sich unten in der Videobeschreibung. Bei diesem Projekt hier handelt es sich um eine Kollaboration zusammen mit Ethan Benjamin aus Südafrika. Er produziert zeitgleich zu meinen deutschen Tutorial-Videos thematisch identische in Englisch, sodass auch die englischsprachige Zuschauerschaft die Möglichkeit hat, über unsere Tutorial-Reihe schnell in die Programmierung mit Crand Mar 2 einzusteigen. So, jetzt ist aber genug erzählt, fangen wir an. Um Lampen zu patchen, begeben wir uns unter Setup Patch & Fixture Schedule. Dort fragt uns Crand Mar als erstes, welchen Namen wir einem Layer geben möchten. Wir haben die Möglichkeit, beliebig viele Layer zu erstellen und diese auch beliebig zu bezeichnen. Zwei typische Optionen, die zu bezeichnen, wäre einmal die Layer so zu bezeichnen, wie die Lampentypen, die sich in diesem Layer befinden werden oder alternativ, wo sich die Lampen im Rig befinden werden, also zum Beispiel Backtrust, Fronttrust oder so weiter. Wir benennen diesen Layer jetzt mal mit Spots und jetzt können wir dem Layer Lampen hinzufügen. Erstmal ist hier nur ein ganz normaler Dimmer verfügbar. Wir wollen jetzt aber in unserem Fall Pointies von Robe patchen. Dafür gehen wir in die Library, also Bibliothek, suchen dort nach dem Manufacturer Robe und dem Fixture Pointy. Dort finden wir jetzt auch die Robe Pointe in deren drei verschiedenen verfügbaren Modi. Ich wähle Modi 3 aus, importiere meine Lampen, kann jetzt hier noch die Bezeichnung ändern, dass die nicht R Pointe 3 heißen, sondern eben Pointe. Und diese Zahl hinten am Ende, die 1, die wird jetzt pro Pointy, den wir patchen, erhöht um 1. Also wenn ich sage, ich möchte 8 patchen, dann wird diese Zahl von 1 bis 8 erhöht und die Lampen 1 bis 8 entsprechend so benannt. Dann habe ich die Möglichkeit eine Fixture ID oder Channel ID festzusetzen. Channel IDs sind gedacht für Weißlichtlampen mit einem Kanal und Fixture IDs eben für intelligentere Lampen, sogenannten Fixtures. Jetzt kann ich hier unten noch festlegen, wo ich die Lampe im Patch lokalisieren möchte, also in welchem Universum und in welcher DMX-Adresse. Hier kann ich einen Wert wählen zwischen Universum 1, Adresse 1 bis hin zu Universum 256, Adresse 512. Ich patche jetzt einfach ab der Adresse 1 im Universum 1. So, jetzt haben wir hier unsere 8 Pointe und sind soweit eigentlich mit dem Patchen auch schon fertig. Die befinden sich jetzt in unserem DMX-Patch und haben Fixture IDs 1 bis 8. Wir schließen das Setup, werden gefragt, ob wir die Änderung speichern möchten, bestätigen das und jetzt sind unsere Fixtures im Endeffekt auch schon verfügbar. Problem ist, wenn wir die jetzt ansteuern wollten, dann müssten wir hergehen und jedes Mal über die Fixture ID anwählen und das ist alles ein bisschen kompliziert. Deswegen machen wir gleich weiter mit Um die Lampen in einem virtuellen Raum zu positionieren, haben wir zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, das Ganze über Grandmar 3D zu machen. Also gehen wir mal eben rüber in Grandmar 3D. Da sehen wir leider aktuell noch, dass hier das rote Herz blinkt. Bedeutet, wir haben noch keine Verbindung zu Grandmar on PC und müssen die erst herstellen. Das machen wir, indem wir in Grandmar on PC auf Setup klicken, dort MA Network Configuration anwählen und unter dem Reiter 3D eine neue 3D Station hinzufügen. Da wird schon uns die richtige angezeigt. Wir drücken auf Add, fügen die hinzu, fügen die zur Session hinzu und wählen als User den Administrator. Gut, dann gehen wir wieder zurück in Grandmar 3D und sehen jetzt schon, die Verbindung wurde automatisch hergestellt. Es befindet sich Grandmar 3D nun als Slave in unserer Session. Doch jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo sind denn eigentlich die Lampen abgeblieben? Ja, die befinden sich hier. Wenn ich hier mal eine Box aufziehe, sieht man, die befinden sich unter der Bühne, wo sie natürlich definitiv nicht sein sollen. Weswegen wir jetzt mal hergehen und die einmal um 180 Grad drehen, damit sie oben auf der Bühne stehen. Perfekt. So, dann hätten wir die gerne noch weiter nach vorne. Dafür können wir entweder hier diesen blauen Anfasser nach vorne ziehen oder manuell hier drüben einen Wert eingeben. Minus 4, jetzt befinden die sich hier vorne. Minus 4 ist mir zu weit vorne, nehme ich minus 3. So, jetzt würde ich die gerne auf der X-Achse von links nach rechts verteilen. Um das zu machen, müsste ich jetzt hergehen und wirklich für jeden dieser Lampen hier den X-Wert manuell mit einem Offset eingeben. Und weil das ein bisschen kompliziert ist, machen wir diese Arbeit jetzt besser drüben in Grandmar im Stage View. In Grandmar on PC angekommen, fügen wir den Stage View hinzu und wählen Setup aus. Nun können wir hier dieselben Parameter bearbeiten, wie in MA3D auch und wählen für die Position X, also in X-Achse, die Position minus 4 und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Taste Through zu verwenden, also minus 4 bis 4. Und nun geht er her und verteilt die Lampen von der Position minus 4 bis zur Position 4. Und wir haben die perfekt aufgestellt, in gleichem Abstand und brauchen uns gar keine Gedanken mehr drum machen. Deswegen verwende ich lieber den Stage View, weil man den Befehl Through verwenden kann und damit, ja, ein Riekschneller mit Lampen besetzen kann. Ganz elementar in Grandmar sind auch die sogenannten Gruppen. Und um diese zu erstellen, sollten wir uns vielleicht erstmal einen sogenannten Group Pool hierher holen, damit wir sie einsehen können. Aktuell gibt es ja noch keine Gruppen, denn wir haben noch keine erstellt. Eine Gruppe ist im Endeffekt wieder nur eine Sammlung von Channels oder Fixturen. Und zwar mit der Besonderheit, dass die Reihenfolge gespeichert wird. Also wenn ich jetzt hergehe und sage, Fixture 1 through 8, das sind alle unsere Pointy, die wir haben, please, dann wählt ihr die aus. Und jetzt kann ich hergehen und diese Auswahl speichern auf einer Gruppe. Jetzt sehe ich hier auch, das sind Pointy, die ich da gespeichert habe. Aber wie gesagt, die Reihenfolge ist wichtig und wird auch gespeichert. Bedeutet, wenn ich jetzt hergehe und nochmal hier meine Auswahl leere und die in einer anderen Reihenfolge anwähle, zum Beispiel erst alle ungeraden, dann alle geraden Pointy und das dann auf einer Gruppe speicher, dann sehe ich schon, diese Gruppe ist angewählt und ist deswegen grün und diese Gruppe beinhaltet insgesamt dieselben Lampen, aber in einer anderen Reihenfolge. Deswegen ist diese Gruppe orange. Noch eine andere Möglichkeit, wie man schnell Gruppen erstellen kann, die eigentlich viel einfacher ist. Man geht her ins Setup, wählt dort Auto-Create und kann dann dort entweder nach Fixture-Types oder nach Layer-Namen die Fixtures auswählen und eine Gruppe erstellen. Dabei wird das in der Reihenfolge, wie die hier dargestellt sind, erstellt in der Gruppe. So, jetzt haben wir hier also die Gruppe All Spots. Die ist identisch mit der Pointy-Gruppe, die auch von 1 bis 8 die Selektion enthält. Was sind nun also Views? Die sogenannten Views sind dafür da, dass man diese Fläche hier, diese frei belegbare Fläche, die man auf der Command-Seite hat und auch auf jeder anderen Screen-Seite hat, das sind alles frei belegbare Flächen, da kann man sich Fenster hinpacken, wie man möchte, auch auf externen Screens. Und um diese frei belegbaren Flächen noch doppelt zu belegen, gibt es die sogenannten Views. Also man kann hergehen und Views speichern, zum Beispiel jetzt für die Command-Seite, dafür muss man User 1 anwählen, dann sieht man hier unten die ganzen leeren Slots für die Views. Jetzt gehe ich mal her und speichere diesen aktuellen View hier, Store, auf dem ersten Slot und benenne den Stage plus Groups. Und jetzt befindet sich hier dieser View, Stage plus Groups und ich kann den View anwählen und dann wird das immer so aussehen. Also wenn ich jetzt hier irgendwas dran ändere und ich drücke auf Stage plus Groups, wird das wieder so aussehen. Jetzt kann ich noch hergehen, zum Beispiel Clear Screen drücken, dann ist das Leer und kann das Leere auch hier speichern und kann das Clear nennen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach schnell hier einen leeren Screen brauche, um neue Fenster zu platzieren, klicke ich auf Clear und dann habe ich sofort einen leeren Screen. Doch das Schöne, das funktioniert nicht nur auf dem Command-Screen unter User, sondern auch auf jedem anderen Screen könnt ihr Views erstellen und habt es dann später einfach zwischen vordefinierten Views zu switchen. Kommen wir nun zu den wohl wichtigsten Buttons in Crandom überhaupt. Delete, Copy und Move. Ganz normale Operationen, die man in jeder Software braucht und die auch in Crandom eigentlich genauso funktionieren, wie man erwarten würde. Ich erstelle mir hier eben nochmal einen Group Pool und demonstriere das einfach mal an diesem Pool. Das funktioniert in jedem der Pools in Crandom exakt gleich. Wenn ich Delete auswähle und drücke auf eine Gruppe, wird der Eintrag gelöscht. Ohne Nachfrage. Wenn ich Copy auswähle und drücke auf eine Gruppe, wird die Gruppe kopiert. Wenn ich jetzt einen anderen Pool-Slot auswähle, wird sie dort eingefügt. Wenn ich Move auswähle und dann eine Gruppe anwähle, kann ich damit die Gruppe verschieben. Ich wähle nun also einen anderen leeren Slot und die Gruppe wird dorthin verschoben. Das ist eigentlich auch schon alles, was man dazu wissen muss. Es verschiebt, kopiert und löscht eben Pool-Items. Okay, nun kommen zwei sehr wichtige Begriffe. Was ist der Programmer und was sind Parameter? Der Programmer ist im Endeffekt ein Zwischenspeicher, in dem alles gespeichert wird, was ihr verändert. Also wenn ihr zum Beispiel Lampen auswählt und dann hier oben das Dimmer-Value anwählt und ändert, dann befinden sich jetzt diese Werte, das wird auch hier rot angezeigt, im Programmer, also in diesem Zwischenspeicher. Wenn ihr die Werte später abspeichert, in einem Queue zum Beispiel, werden die Werte aus dem Programmer rausgenommen und in den Queue gespeichert. Das ist an sich der Programmer und wie gesagt, ihr könnt die Werte einer jeden Lampe oder Lampenselektion, also Gruppe, hier oben ändern. Also zum Beispiel Dimmerwerte ändern. Seht ihr jetzt auch drüben in 3D. Die Pointe sind jetzt alle an. Oder könnt ihr zum Beispiel Positionswerte ändern, den Pen und den Tilt. Ich drehe mal eben am Tilt. Das kann man ganz schön sehen dann drüben in Grandmar 3D. Also das wird auch alles direkt übernommen und wie gesagt, wenn es hier oben rot ist, dann ist es im Programmer vorhanden. Bedeutet, wenn man jetzt hergehen würde und diese Werte speichern würde auf einem Queue, dann würden die in dem Queue gespeichert. Genau. Und was man noch für Möglichkeiten hat ist, jetzt zum Beispiel beim Dimmer, wenn man hier her geht und man will den Dimmer sehr fein justieren und nur ein bisschen heller haben. Oder man will, bei Pen und Tilt ist es eigentlich viel interessanter, den Pen sehr, sehr fein bewegen, um wirklich exakt den perfekten Spot zu finden. Dann wird das hier gerade ein bisschen ungemütlich, wie man schon sieht. Die Werte springen viel zu schnell hin und her. Selbst wenn man nach oben und nach unten zieht, ist das viel zu schnell. Und dafür gibt es hier die Selektion Normal, Fine und Ultra. Und das ist im Endeffekt also Normaljustierung, feine Justierung. Da kann man dann schon wirklich viel, viel feiner hier den Pen bewegen und dann eben Ultra, wo man wirklich also in ganz, ganz kleiner Rasterung hier den Pen verändern kann und wirklich exakt fein tunen kann. Eine weitere schöne Funktion ist unter der Kategorie Color der Special Dialog. Denn hier hat man die Möglichkeit, über eine HSB-Farbmischung hier die Farben fein zu tunen. Bei Farbmischungslampen, also RGB, RGBW oder CMY-Farbmischung, hat man die Möglichkeit, hier jetzt wirklich exakt die Farben zu wählen. Und bei Lampen mit Farbrad werden immer die Farben gewählt, die am nächsten an das rankommen, was man eigentlich ausgewählt hat. Kommen wir nun also zu Presets. Presets sind eigentlich ganz wichtig, weil mit Presets kann man hergehen und irgendwelche Werte aus dem Programmer, also zum Beispiel nur Werte für den Dimmer, nur Werte für die Position, nur Werte für die Gobos, nur Werte für die Farben oder eben auch Werte für alles insgesamt, auf so einem Preset speichern. Und der Vorteil davon ist, dass man mit dem Preset dann weiterarbeiten kann. Also ich kann zum Beispiel in der Vorprogrammierung für eine Show eine Position anlegen, wie ich mir sie vorstelle, kann die Position in Grandmar 3D feintunen, dass sie so aussieht, wie ich mir das vorstelle, wie sie später aussehen soll, speichere sie dann als Preset und jetzt komme ich On Location und stelle fest, dass meine Position so nicht so aussieht, wie ich sie haben möchte. Und jetzt müsste ich eigentlich ja nochmal Anpassungen machen an diese einen Position. Problem wäre, wenn ich sie nicht als Preset gespeichert hätte, dass ich jetzt jeden einzelnen Cue durchgehen müsste, in dem diese Position verwendet wurde und die Position in jedem einzelnen Cue, wo ich sie verwendet habe, nochmal ändern muss. Und das kann ziemlich nervtötend sein. Deswegen verwende ich ein Preset, speichere die Position, die sich später nochmal ändern könnte als Preset und kann dann später On Location einfach das Preset anpassen und es wird in jedem Cue, in dem das Preset verwendet wird, auch aktualisiert. Also schauen wir uns mal an, wie wir uns jetzt so einen Preset-Pool daher holen. Hier gibt es nämlich den Reiter Presets und da seht ihr auch schon, was es alles für Preset-Typen gibt. Entweder Dimmer, Position, Gobo, Color, eben dasselbe, was wir hier oben auch im Programmer als Kategorien haben. Und jetzt wählen wir einfach mal an Position und haben jetzt hier die Möglichkeit, beliebige Position-Presets festzulegen. Vielleicht gehen wir auch nochmal her und tun uns den Group-Pool hinzufügen, damit wir unsere Pointe anwählen können und setzen nun mal ein paar Positions fest. Zum Beispiel, wo wir den Tilt nach vorne ziehen und speichern das jetzt einfach mit Store auf einer Position und benennen das mit, ja, was weiß ich, vorne. So. Eine zweite Position, wo sie nach hinten leuchten, speichern das auf einem Preset, benennen es mit hinten. Und jetzt können wir zwischen diesen Positionen wechseln und diese Positionen auch verwenden in Cues bzw. an beliebigen Stellen. Wie gesagt, funktioniert das nicht nur für Positionen, sondern auch für andere Werte wie z.B. das Goborad oder das Farbrad. Man hat auch die Möglichkeit, Presets noch anzupassen und zwar mit Assign hat man die Möglichkeit, hier noch festzulegen, ob man das Preset als normales Preset haben möchte, als Default Preset oder als Highlight Preset. Wichtig zu wissen ist, Default Preset bedeutet immer, wenn der Programmer komplett gecleared ist, dann hat diese Lampe den Wert standardmäßig. Highlight bedeutet, immer wenn Highlight angewählt ist, hat die Lampe diesen Wert. Also wenn ich jetzt möchte, dass meine Pointe immer gelb sind, wenn ich Highlight anwähle, also wenn ich die aktuelle Selektion, indem man auf 100 drehe bzw. Highlight nutze, dann wird die Lampe entsprechend gelb sein, jetzt z.B. wenn ich das auf das gelbe Color Preset anwende. Kommen wir nun zu Effekten und tun unseren View erst nochmal clearen. Also dann, als allererstes tun wir uns den Pool hinzufügen für die Effekte. Und nun haben wir die Möglichkeit, die Standard-Effekte auf zwei Artenweisen zu nutzen. Entweder wir importieren die Standard-Effekte einfach rein, dann haben wir die hier in den ganzen Slots drin liegen und die tun uns den ganzen Platz erstmal verbrauchen, was jetzt nicht unbedingt meiner Meinung nach sein muss. Deswegen gehe ich immer her, wenn ich einen Effekt erstelle und möchte auf einen vordefinierten zurückgreifen, wähle ich hier auf Load Predefined und bekomme jetzt hier eine Liste von vordefinierten Effekten, auf die ich zurückgreifen kann. Wie z.B. einem Sinuseffekt, einem ganz normalen Sinuseffekt. Wenn ich den jetzt hier hinzugefügt habe, dann sollte der auch schon funktionieren. Wie immer brauche ich meine Gruppen auch hier am Rand, Gruppen und speichere das jetzt mal eben wieder als View-Effekt plus Group. So, jetzt kann ich die Pointe anwählen, den Dimmer-Sinuseffekt anwählen und jetzt sehe ich in GrandMA3D, dass ich einen ganz normalen Dimmer-Sinuseffekt habe, wie man ihn sich halt eben so denkt. Natürlich gibt es jetzt noch viele Optionen, den anzupassen, aber das zeige ich gleich nicht am Beispiel eines Sinuseffekts, nicht am Beispiel eines Dimmer-Sinuseffekts, sondern am Beispiel eines sogenannten Circle-Effekts für Pen und Tilt. Denn ein Effekt kann im Endeffekt beliebige Parameter beeinflussen. Wie wir schon gesehen haben, hier oben im Programmer können wir Parameter für Lampen setzen und hier jetzt passiert im Endeffekt nichts anderes. Also, man tut ein Attribut, ein Parameter animieren sozusagen und kann hier beliebige Parameter auswählen, wie zum Beispiel Pen, Confirm und Tilt, Confirm. Jetzt haben wir hier Pen und Tilt Values im Effekt hinzugefügt und können jetzt hier den Cycle-Effekt wählen, Cycle und können uns jetzt schon mal anschauen, wie das aussieht, wenn wir das einfach so anwenden würden auf die Pointe. Pointe, Effekt 2 und Highlight, damit wir sehen, was sie tun. Und jetzt sehen wir hier drüben in Grandmar, dass die völlig am ausflippen sind, weil anscheinend der Effekt viel zu schnell verläuft. Deswegen tue ich jetzt die Rate mal von 60 BPM auf 5 BPM runterstellen und siehe da, schon verläuft unser Effekt deutlich ruhiger und man sieht auch schon, die Lampen fahren einen sauberen Kreis. Aber das sieht jetzt nicht so spektakulär aus. In den meisten Fällen will man nämlich einen symmetrischen Effekt machen. Und um einen symmetrischen Effekt zu erstellen, geht man her und wählt für Pen bei den Wings minus 2 und bei den Wings für Tilt 2. Und wenn man jetzt nochmal reinschaut in unsere Visualisierung, sehen wir, dass da ein wunderschöner symmetrischer Effekt draus geworden ist, der schon echt was hermacht dafür, dass es eigentlich ein Cycle-Effekt war ursprünglich. Wie man genau Effekte bearbeitet und die Looks so anpasst, dass die Effekte genauso aussehen, wie man sich das vorstellt, das wird nochmal ein weiteres Tutorial sein, wo wir das wirklich in der Tiefe machen und nochmal genau drauf eingehen. Würde den Rahmen jetzt sprengen, deswegen lassen wir das jetzt eben mal raus, aber an sich Effekt anwählen und er wird ausgeführt bzw. Gruppe anwählen, auf der der Effekt angewendet werden soll. Dann Effekt anwählen und der Effekt wird ausgewählt, ausgeführt und man kann jetzt sogar hergehen, kann den noch benennen, können sagen hier symmetrischer Cycle. Eine Information, die noch wichtig zu wissen ist, wir haben hier den Modus und wir können sagen, ob der Effekt relativ oder absolut sein soll. Wenn man relativ angewählt hat, ist die Bewegung abhängig von der Position. Bedeutet, wenn als Position schon irgendwie der Tilt minus 20 gesetzt wurde, dann wird der Effekt praktisch von dem Ort minus 20 aus in jede Richtung minus 50 und 50, minus 50 und 50 ausgeführt. Also das sind im Endeffekt, das ist der Bereich, in dem der Effekt ausgeführt wird. Also vom Wert minus 50 bis plus 50 bewegt sich diese Lampe, minus 50 bis plus 50. Was man dann noch machen kann, ist komplett leere Effekte speichern. Also die Selektion clearen und einfach einen leeren Effekt speichern und den dann mit Assign, Assign benennen, keine Ahnung, mit dem Name Lead 1 zum Beispiel und dann einfach hinten dran alle Effekte speichern, die für das Lead 1 gebraucht werden. So kann man sich das schön organisieren und Übersicht behalten in den Effekten. Wie die Delete-Funktion funktioniert, habt ihr ja vorhin schon gesehen und dass da keine Nachfrage kommt auch. Also gehe ich jetzt mal tollpatschig wie ich bin her und sage Delete Effect 1, Delete Effect 2 und denke mir jetzt, Mist, die Effekte hätte ich noch gebraucht. Was soll ich jetzt tun? Wo ist der Zurück-Button? Es gibt keinen Zurück-Button, es gibt kein Back. Was soll ich machen? Und da kommt dieser Button hier ins Spiel und zwar der Ups-Button, denn der ist im Endeffekt der Zurück-Button. Wenn ich den jetzt drücke, fragt er mich, möchtest du rückgängig machen, dass du den Effekt 2 gelöscht hast vor 14 Sekunden, sage ich. Ja, den Effekt will ich wieder. Drücke ich nochmal Ups. Möchtest du rückgängig machen, dass du den Effekt 1 gelöscht hast vor 27 Sekunden? Ja, den will ich auch wieder. Und tada, da sind eure Effekte wieder und so könnt ihr schnell es rückgängig machen, wenn euch aus Versehen dann doch mal was schief gelaufen ist. Kommen wir nun also wirklich zum ersten Mal zum Speichern von Cues und wie das Ganze funktioniert. Dafür ziehe ich mir hier gerade nochmal die Positions-Presets rein und dann schauen wir uns mal eben an, wie das funktioniert. Also Cues werden gespeichert auf Executern, also im Endeffekt speichere ich, was ich in meinem Programmer habe, speichere ich auf einen Executor. Und was dann passiert, erläutere ich gleich mal. Also ich wähle jetzt erstmal, ich mache jetzt erstmal mein Licht-Design. Ich gehe also her, wähle meine Pointe an, tue den Dimmerwert auf 100 setzen, wähle die Position, bei der sie nach vorne zeigen und aktiviere meinen symmetrischen Circle-Effekt. Und dann gehe ich her und speichere das Ganze auf einem neuen Executor. Und jetzt sehe ich schon, in diesem Executor befindet sich ein Queue. Doch noch genauer, wenn ich drauf klicke, sehe ich, dass in diesem Executor sich eine Sequenz befindet. In der Sequenz befindet sich ein Queue. Was also passiert, wenn man ein Queue speichert, ist, dass der Queue erstellt wird, der Queue in eine neue Sequenz gespeichert wird und die Sequenz dem Executor zugewiesen wird. Bedeutet, ich kann jetzt auch hergehen, einen zweiten Executor auswählen mit dem Command-Overlay, Moment, kann ich auswählen, Assign und hier einen Executor wählen und kann dann jetzt hergehen theoretisch und sagen Sequence, Sequence 1. Und jetzt habe ich einen zweiten Executor, der genau dieselbe Sequence und genau denselben Queue beinhaltet. Weil es wie gesagt nur eine Zuordnung ist. Also man erstellt einen Queue in einer Sequenz und die Sequenz ist dem Executor nur zugewiesen. Der Executor selber, der ist nicht derjenige, der den Queue beinhaltet, sondern die Sequenz beinhaltet den. Nun löschen wir aber wieder unseren Demo-Executor. Wenn wir jetzt also hergehen und unseren Executor mal auf Go setzen, dann sehen wir, dass unser Lichtdesign, was wir gerade eben erstellt haben, in diesem Queue gespeichert haben, auch richtig übernommen wurde. Und jetzt können wir hergehen und können zum Beispiel unsere Position auf Hinten wechseln, also wir die Pointe auswählen, unsere Position auf Hinten wechseln und können vielleicht noch eine Farbe hinzufügen. Hier oben bei Color wählen wir jetzt vielleicht mal, ja, was weiß ich, das ist doch nett, Pink oder Magenta, genau. So. Und jetzt speichern wir das Ganze auf dem Executor und kriegen jetzt die Frage, möchtet ihr einen neuen Queue erstellen oder möchten wir den überschreiben, den bestehenden? Wir wollen natürlich einen neuen Queue erstellen, jetzt haben wir einen zweiten Queue. Dann gehen wir wieder her und tun hier alles aus unserem Programmer heraus, clearen. und jetzt schauen wir mal hier rüber in Grandmar 3D, das ist noch unser erster Queue. Ich drücke jetzt Go und jetzt hat sich das Ganze nach hinten gedreht, der Effekt läuft jetzt immer noch ab und das Ganze passiert jetzt abhängig, also wir haben ja einen relativen Effekt, deswegen ist jetzt das Ganze auf der Rückseite sozusagen, also nach hinten gedreht. So, was jetzt aber, wenn wir gar nicht wollen, dass der Effekt in unserem zweiten Queue weiterläuft. Und da gibt es eine Sache, die schimpft sich, Tracking und die kann man hier unter Options, kann man die aktivieren und deaktivieren. Und was Tracking im Endeffekt tut ist, wenn man im Queue 1 schon irgendwas laufen hat und man geht im Queue 2 nicht explizit her und beendet ist, dann wird es auch weiterhin noch ausgeführt. Das ist ziemlich praktisch für Theateranwendungen, weil da hat man halt meistens mehrere Szenen und mehrere Auftritte hintereinander und will zwischendrin nur leichte Veränderungen machen, aber insgesamt bleibt ja das Licht größtenteils an, dann macht man vielleicht mal das Gassenlicht an oder wieder aus oder zieht mal das ein oder andere Moving Head rein oder so, aber insgesamt ist das immer so ein Verlauf von dem einen Licht, von dem einen Lichtdesign, von dem einen Queue zum nächsten und so weiter und so fort. Weswegen alle nicht geänderten Informationen, wenn Tracking aktiviert ist, immer weiter übernommen werden. Da ich persönlich aber eher Shows mache, bei denen ich auch Effekte reinbasken muss und viele, viele verschiedene Executor und Queuelisten habe, macht für mich persönlich Tracking nicht so viel Sinn und ich deaktiviere es ganz gerne. Nun aber nochmal kurz, damit man verstehen kann, was Tracking macht, speichere ich mal eben diesen View, dass er mir nicht verschwinden geht und zeige euch das sogenannte Tracking Sheet. Und hier drin sieht man es jetzt schon. Unser Queue 1 besagt, dass der Dimmer von den Lampen offen ist. Jetzt sehen wir alles, was hier lila ist, wird durch das Tracking im nächsten Queue übernommen. Bedeutet, hier haben wir gesagt, der Dimmer soll an sein, im zweiten Queue ist er immer noch an, weil wir haben ja nichts Gegenteiliges gesagt. Und genauso funktioniert es auch für die Positionseffekte. Hier sehen wir unseren Pen und Tilt und dieses Lilane besagt, dass da ein Effekt drauf läuft. Was wir jetzt geändert haben, ist nur die Position vom Preset vorne auf das Preset hinten. Wir haben den Effekt nicht neu definiert, deswegen läuft der Effekt einfach ganz plump weiter. Deswegen deaktiviere ich in der Regel Tracking und dann habe ich das Problem nicht, dass ich andauernd irgendwelche Effekte deaktivieren muss. So. Wenn wir jetzt nochmal hier Go drücken, in den zweiten Queue gehen, dann sehen wir jetzt in Grandmar 3D, dass hier nichts mehr passiert. Die sind jetzt nur auf der hinteren Position und haben die Farbe Magenta drin, weil das ist, was in dem Queue gespeichert ist, aber der Dimmer ist nicht an und der Effekt läuft nicht, weil das haben wir da drin nicht gespeichert. Nun kommen wir noch zu den Button eines jeden Executors. Jeder Executor hat drei Buttons und einen Fader und die kann man auch beliebig einstellen. Also man kann hierher gehen und sagen, ich möchte diesen und diesen und diesen Befehl hier drauf haben. Das ist sehr schön. Zum Beispiel kann ich sagen, ich will keinen Go-Button auf diesem Button, sondern ich will da einen Flash-Button. Und hier oben will ich vielleicht den Go-Button haben und dann will ich ganz oben vielleicht noch einen Toggle-Button haben. Wo sind die Toggle-Buttons? Da ist der Toggle-Button. Gut. Genau. Und wenn ich das jetzt so ausgewählt habe, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, mein Licht-Design rein zu flashen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt mal eben rübergehe zu Grandmar 3D, seht ihr, das läuft jetzt gerade. Wenn ich jetzt auf Toggle drücke, dann geht es aus und ich drücke es auf Flash und dann wird eben für einen kurzen Moment mein Cue rein geflasht. Wenn ich auf Toggle drücke, wird der aktiviert und nochmal auf Toggle wird der deaktiviert. So, wir sind jetzt eigentlich auch schon fertig mit allem, was in diesem Tutorial heute soweit gesagt werden sollte. Und jetzt sollten wir vielleicht noch unsere Show speichern. Dafür gehen wir auf Backup und können jetzt hier unserer Show einen Namen geben, indem wir sagen Save-Show-S, also 001-DE-Kurzanleitung heißt meine Show schon und kann die jetzt neu speichern unter diesem Namen. Dann wird er mir sagen, die existiert schon, soll es überschrieben werden. Kann er machen in dem Fall. Jetzt habe ich meine eigene Show selber überschrieben. Ich hätte auch einfach sagen können Save-Show. Dann wäre dasselbe passiert. Und was auch noch ein schöner Shortcut ist, doppelt Backup drücken und die Show wird direkt gespeichert. Backup, Backup, zack, gespeichert. So, damit wären wir dann auch durch die erste Tutorial-Episode durch. Falls noch weitere Fragen aufgekommen sein sollten oder ihr Video-Vorschläge habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Und falls Informationen in dem Video falsch gewesen sein sollten oder andere konstruktive Kritik besteht, dann bitte auch gerne in die Kommentare schreiben, damit die Videos weiter verbessert werden können. Ich bin keinesfalls ein ausgebildeter Krantmar 2 Operator, kann also leider nicht hundertprozentig für die Richtigkeit aller Infos garantieren. Aber ich kann euch nach zweieinhalb Jahren Arbeit mit Krantmar 2 nur wärmstens empfehlen, falls ihr mal selber vor dem ein oder anderen kleinen Problemchen steht, es einfach selbst durch rumprobieren zu lösen. Zumindest hat das bei mir ein manches Mal zum Erfolg geführt. Für weitere Tutorials bitte den Krantmar 2 Tutorials-Channel abonnieren, um bei jedem weiteren Upload benachrichtigt zu werden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.